Piotr Trochowski, herzlich willkommen in Augsburg. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie fühlst du dich persönlich, nachdem die Tinte getrocknet ist? Vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch sehr, dass ich endlich zum Abschluss gekommen bin. Wie gesagt, ich bin gestern Abend ein bisschen spät angekommen im Trainingslager nach einem langen Tag, wo man von einer Art zum anderen laufen musste. Aber jetzt bin ich froh, dass ich hier angekommen bin. Du hast letzte Woche schon zwei Tage mit der Mannschaft trainiert und konntest da deine Kollegen schon etwas kennenlernen. Wie ist dein erster Eindruck von deiner neuen Mannschaft und deinen neuen Teamkollegen? Zuallererst muss ich mich bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, wieder in der Bundesliga zu spielen, diese zwei Tage Mannschaftstraining und das Benefit-Spiel haben mir einfach gut getan. Das hat einfach meinen Wunsch bekräftigt, hier zu unterschreiben und den Weg gemeinsam mit den Jungs zu gehen. Ich kenne ja einige von früher, mit denen ich zusammengespielt habe, ob das der Bayer ist in der bayerischen Auswahl oder Markus Vollner bei Bayern München, Amateuren und in der A-Jugend. Sogar Jan-Karsten Barraker kenne ich auch noch von der U21-Nationalmannschaft. Daher kenne ich einige und ich wurde herzlich willkommen und so wie es sich gehört. Kann man sich in so einer kurzen Zeit schon einen Eindruck überhaupt verschaffen von einem neuen Umfeld oder dauert das ein bisschen? Ne, es geht schon. Also man kann relativ schnell feststellen und man merkt relativ schnell, wie die Mannschaft tickt und so. Und man muss sagen, also mir gefällt das sehr, dass es so ordentlich zugeht, dass die Leute sehr entspannt sind und mir kommt es jetzt nicht so vor, als wenn Leute da aus der Reihe ticken würden. Und deswegen ist Augsburg auch so erfolgreich. Tobi Werner hat über dich gesagt, er hat selten einen Spieler gesehen, der in zwei Tagen Training so Gas gegeben hat. War das so? Hast du dich da extra ins Zeug gelegt? Ich habe lange nicht mehr mit der Mannschaft trainiert, muss man auch sagen. Ich habe mich fit gehalten und klar, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit der Mannschaft zu trainieren, egal wo es ist, hat man wieder Spaß mit den Jungs zu spielen. Ich habe ja seit 20 Jahren eigentlich jedes Jahr über Monate mit den Jungs geschwitzt, Spiele geworden, verloren und Leute umgehauen. Und das gehört einfach zum Fußball dazu. Und das hat mir einfach gefehlt letztes Jahr und deswegen war ich froh, hier zu sein und diese Möglichkeit zu haben und da reinhauen zu können. Ob das jetzt so extrem angekommen ist, das müssen die anderen beurteilen. Wie in dem Fall jetzt Werner. Ich weiß nicht, also mir hat er sehr viel Spaß gemacht und vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr. Du hast ja im Testspiel gegen die Schwaben-Auswahl auch gleich das 1 zu 0 erzielt mit einem Freistoß. War das was, wo du dir wieder Selbstvertrauen geholt hast? Klar, jedes Tor ist vor allem in der Vorbereitungsphase nach so einer langen Zeit, wo man nicht spielt oder verletzt war, immer wichtig für den Spieler, dass er Selbstbewusstsein tankt und für mich war es genauso wichtig. Klar, beim Schießen muss nicht so viel laufen, da fehlt es noch ein bisschen. Deswegen war es die Möglichkeit, wenigstens so einfach am Tor zu schießen. Bayern München, Hamburger SV, FC Sevilla. Deine Ex-Klubs, das sind alles Vereine, die mindestens eine Nummer größer sind als der FCA. Warum jetzt der vermeintlich kleinere Schritt nach Augsburg? Wie gesagt, ich habe die letzten Jahre ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich bin ja 2011 nach Sevilla gewechselt. Das Jahr lief dort gut und nächstes Jahr darauf habe ich mich halt verletzt und da war ich ein Jahr weg. Ich habe dann ein Jahr gebraucht, wieder zurückzukommen. Ich habe dann auch wieder ein Jahr gespielt. Und dann letztes Jahr im Sommer habe ich einen Rechtsstreit mit Sevilla. Wenn man ein Jahr nicht spielt in dem Alter, wird das dann schwierig, auch wenn man fit ist. Und ja, ich fühle mich einfach wohl, dass der FC Sevilla fast vom Tisch ist, dass ich da Gewissheit habe. Und ich bin froh, dass der FCA mir die Möglichkeit gegeben hat, hier einfach vorzutrainieren, meine Qualitäten zu zeigen. Und es hat geklappt. Dafür bin ich dankbar und ich mache mir da keine Sorgen. Augsburg war jetzt Fünfter in der Bundesliga. Viele Vereine, die Traditionsvereine, die wesentlich stärker eingeschätzt werden, sind hinten dran. Und deswegen sehe ich das punktuell. Der Kader hat Qualität. Es ist etwas im Aufbau und ich möchte ein Teil davon sein. Wie kam der Kontakt nach Augsburg zustande? Hast du da selbst angeklopft? Was heißt selbst? Mein Gott, die meisten haben ja Spielerberater. Und da wurde der Kontakt hergestellt. Und so ist das dann passiert, dass ich dann letzte Woche mittrainieren konnte. Und dann, wie es so häufig im Fußball ist, geht es dann teilweise sehr schnell. Und jetzt sitze ich ein paar Tage später hier und muss mich rechtfertigen. Ich habe auch mal etwas recherchiert über dich im Internet. Es gab jetzt zuletzt vor allen Dingen nicht wenige Fanstimmen aus dem Norden, die dich gerne ein zweites Mal beim HSV gesehen hätten. Hamburg ist deine Heimatstadt. Wäre das auch eine Option für dich gewesen? Natürlich. Klar, man überlegt, weil ich da jetzt die letzte Zeit auch wieder gewohnt habe, nachdem ich aus Spanien wieder zurückgereist bin. Und Hamburg, meine Familie wohnt da, meine Freunde. Es ist mein Zuhause. Klar, man kann zu seiner Heimat immer mal zurück. Man hat aber nicht immer die Möglichkeit mal ins Ausland. Deswegen habe ich das auch mal genutzt. Und genauso habe ich das mit Augsburg gesehen. Die Möglichkeit war da. Die Chance haben sie mir gegeben und die habe ich ergriffen, was beim HSV nicht der Fall war. Kommen wir nochmal zum FC Sevilla. Du hast aufgrund des Rechtsstreits, hast du schon angesprochen, mit den Spaniern über die Vertragsauflösung seit mehr als einem Jahr kein Pflichtspiel mehr absolviert. Bist aber trotzdem sehr gut in Form. Wie kommt das? Ich habe ein bisschen was gemacht. Naja, ich musste mich letztes Jahr im Oktober nochmal nachoperieren lassen. Und dann hat die Rehe angefangen und dann war ich die ganze Zeit in Hamburg. Ich habe einen guten Physio. Der hat früher beim Hamburg HSV gearbeitet und habe da die erste Phase gemacht. Und später, mein Gott, ich habe so viele Trainer in meiner Laufbahn gehabt, so viele Fitnesstrainer, dass ich da die meisten Übungen auch kenne. Und habe da angefangen auch viel selber zu trainieren. Mein Bruder macht ein bisschen fußballspezifisches Training. Mit denen habe ich trainiert und sonst einen Fitnesstrainer. Und so hat man das jeden Tag gemacht. Das habe ich auch zweimal am Tag. Und mein Gott, auch wenn man jetzt nicht irgendwo in der Mannschaft ist, muss man sich fit halten. Oder sogar ein bisschen mehr als fit halten, richtig Gas geben. Weil sonst kommt man irgendwie in den Verein und man kann dann nicht überzeugen, weil da die Fitness fehlt. Und das wollte ich halt verhindern. Ein Fußballer will möglichst immer spielen und mit dem Ball arbeiten. Bei dir war es so, dass du das ein Jahr lang nicht tun konntest. Nagt das an einem, wenn man über so einen langen Zeitraum raus ist? Also ich habe schon mit dem Ball trainiert. Also die erste Zeit in der Reha ist klar. Krücken, dann kommst du langsam rein mit Fahrradfahren, Crosstrainer, dann fängst du an zu laufen. Das dauert, das ist halt die schwierigste Phase, weil du ein bisschen angewiesen bist auf deine Frau bzw. deine Familie. Aber danach geht es ja relativ schnell und wie gesagt, fängst du an zu laufen. Und jeder weitere Schritt, der dich nach vorne bringt, macht einfach Spaß, weil du siehst dann den Erfolg und die Verbesserung. Und dann habe ich auch relativ schnell dann, wo ich gemerkt habe, das geht, mit der Absprache der Physiotherapeuten angefangen, den Ball zu trainieren. Und klar, individuell ist nicht wie im Kollektiv, mit der Mannschaft. Aber mein Gott, der Ball war immer schon dabei und der wird nie weg sein. Das ist halt, das ist mein Fußball. Ich mag halt gerne den Ball am Fuß haben und nicht unbedingt immer hinterher zu laufen und irgendwie Leute umhauen. Wie hast du diese Zeit überbrückt? Hast du das komplette Jahr in Sevilla oder in Spanien verbracht oder wie ist das abgelaufen? Also wie gesagt, letztes Jahr im Sommer war dann das mit Sevilla durch. Dann konnte ich auch von Hamburg aus die Sachen klären mit dem Anwalt. Und seit Oktober nach der OP habe ich dann angefangen, meine Sachen aus Hamburg dann zu erledigen und die Reha und alles. Und deswegen war ich die ganze Zeit eigentlich in Hamburg, habe dann meine Sachen von dort aus geklärt. Abgesehen von dieser vielleicht etwas schlechten Erinnerung, warst du in Spanien auch sehr erfolgreich. Hast unter anderem die Europa League gewonnen. Ist das dein größter sportlicher Triumph gewesen? Mitunter ja. Es gibt natürlich in so einer Fußballkarriere so einige Etappen, die man durchläuft. Und das war sicherlich einer. Natürlich so das erste Spiel in der Bundesliga, vielleicht das erste Tor. Ich habe in Hamburg auch eine gute Zeit gehabt. Eigentlich in jedem Verein, wo ich gespielt habe, gibt es punktuell immer mal so Spiele, die sich einfach eingeprägt haben und für mich eine große Bedeutung haben. Und deswegen hoffe ich, dass es in Augsburg genau sein wird. Du kannst dir Europa League Sieger auf die Fahnen schreiben. Der FCA ist zum ersten Mal in der Euro League dabei. Du weißt, was die Fans jetzt von dir erwarten. Zum Glück spiele ich ja auch nicht alleine. Ich habe ja noch zehn, wenn ich in der Startelf spiele, zehn andere Jungs, die mithelfen. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung für die Jungs. Vor allem für die Jungen, die das vielleicht noch nicht kennen. Es ist immer schön, mal ins Ausland zu fahren, sich mit anderen zu messen, nicht nur in der Bundesliga. Und deswegen werden alle daran arbeiten, erfolgreich zu sein. Und alles andere wird man sehen, was passiert. Freust du dich trotzdem darauf, da vielleicht auch ein bisschen aus deiner Erfahrung in die Mannschaft zu tragen? Wir haben zwar ein paar, die schon mal international aufgelaufen sind, aber für die meisten wird es Neuland sein. Natürlich. Mit meiner Erfahrung kann ich da bestimmt sicherlich einigen weiterhelfen. Ich will mich aber auch jetzt nicht unter Druck setzen. Es kommt alles von alleine. Wenn man auf dem Feld steht, weiß man, was man zu tun hat. Und das weiß ich. Und alles andere wird sich dann ergeben auf dem Spielfeld. Ob man die Leute dann irgendwie in die richtige Position hinweisen muss. Oder dann irgendwie einige kräftige Worte sagen muss, dass es dann wieder läuft. Aber mein Gott, die Eindrücke, die ich jetzt hatte in den letzten Tagen, die Jungs ziehen extrem gut mit. Und mein Gott, wenn die jetzt in der Europa League sind, die meisten kennen das ja nicht. Die haben so viel Hunger. Die wollen da möglichst weit kommen und das genießen. Und das ist halt das Wichtigste. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Und einen wunderbaren Einstand beim FCA. Vielen Dank.